Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder mal ein Fun Cup Spiel und wir werden wieder mal ein Team Check durchführen. Ich glaube, wir stellen jetzt erstmal den 11er Stürmer wieder auf seine Position. Aktuell habe ich ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht die Stärke von 100 zusammen bekomme, wenn ich den schwächeren Stürmer spielen lasse. Aber durch den Libero, den ich jetzt vom Amateurmarkt verpflichtet habe, kommen wir zumindest schon etwas näher, denke ich. Okay, 98,5, das passt auch soweit und wir spielen Konter. Das gestrige Spiel habe ich verloren. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, bevor wir das jetzt anpfeifen. Und dann schauen wir uns auch an, auf welcher Position ich aktuell stehe im Fun Cup. Wir sind aktuell Dritter vor uns, der hat schon ein Spiel gemacht, das ist schon mal sehr positiv. Dann können wir auf 16 Punkte auf Platz 2 rankommen. Er kann ja heute keine Punkte mehr gewinnen. Aber der Erste, der hat erst 6 Spiele, das heißt, er könnte seinen Vorsprung verwalten von 5 Punkten und hat heute einen Gegner mit knapp Stärke 70. 60, also das wird schwer werden. Mal sehen, wie es morgen aussieht, ob dann noch das direkte Duell kommt. Okay, morgen hat er auch einen schwächeren Gegner. Sorry an QXB Gaming, aber er aktuell nur mit Stärke 69. Was ist da los? Hat der Spieler verkauft? Sieht nicht so aus, hat er eine Verletzung, eine Sperre, okay. Aber es wird sich noch etwas verbessern. Und dann habe ich einen etwas schwächeren Gegner mit Stärke 62. Er spielt dann gegen einen 98er. Ja, das wird eine schwierige Kiste werden mit dem Fun Cup Sieg. Gibt es das direkte Duell denn noch? Das würde mich stark interessieren. Jawohl, es gibt noch das direkte Duell. Das ist wichtig, dann können wir nämlich auch noch im direkten Duell etwas gut machen. Aber jetzt erst mal zum heutigen Spiel. Heute müssen überhaupt erstmal die 3 Punkte her. Das wird nicht einfach werden. Mal sehen, wie stark der Torwart von unserem heutigen Gegner ist. Um das so ein bisschen einschätzen zu können. Stärke 5, okay. Und der Mittelstürmer hat eine Stärke von... Ah, er spielt mit LSRS, wie es scheint. Stärke 5 und Stärke 4. Und er hat fast nur deutsche Spieler. Darauf werden wir natürlich gleich erst eingehen. Also, Spiel anpfeifen. Und wir hoffen natürlich auf einen Sieg. Und das ist auch gut gegangen. Aber wir sehen jetzt hier schon, 4 Torchancen auf beiden Seiten. Das war eine knappe Kiste vom Spielverlauf her. Nur das Ergebnis ist natürlich nicht knapp. So, jetzt kommen wir zum Teamcheck. Das 3 zu 0. Mal kurz gucken, ob wir jetzt schon Zweiter sind. Nein. Ja, natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, wir können auf zwei Punkte rankommen. Macht Sinn. Macht sehr viel Sinn. Ja. Also, wir kommen zu unserem heutigen Teamcheck. Wenn UFM mal etwas schneller wäre. Und sind sie nicht. Wir laden die Seite nochmal neu. Hier geht gerade gar nichts. Okay, das ist kein gutes Zeichen. Ah, ja. Hamburger FC Falke. Okay. Also, entweder ist das eine Anlehnung an den Hamburger SV. Oder an den FC Schalke 04. Interessanter Name. Wir lesen uns jetzt hier mal ein bisschen was durch. Nicht alles natürlich. Aber wir lesen uns mal ein bisschen was durch. Also, er spielt seit dem 13. Meisterkreis Liga 2. Als der Hamburger Sportverein HSV 2014 beschloss, seinen Profifußballer in eine Aktiengesellschaft auszulagern, sorgte das bei vielen Fans für Unmut. Einige brachen mit dem HSV und gründeten ihren eigenen Verein, den HFC Falke. Okay, jetzt wisst ihr zumindest etwas von der Vorgeschichte. Ich glaube, wir lesen uns das mal weiter durch. Klingt hier alles ein bisschen interessant und gut gemacht. Der Fußballklub könnte zum Vorbild für andere Fans werden. Wenige Wochen später war es soweit. Am 19. Juni 2014 gründete sich der HFC Falke. Schon der Name und die Vereinsfarben waren eine Hommage an den HSV. Fansfreundschaft mit dem FC United of Manchester. Ich glaube, den kenne ich sogar. Neben blau-schwarzen Fahnen des HFC Falke ist auf dem Stellingersportplatz auch ein rot-gelbes Banner zu sehen. Ein Banner des HFC United of Manchester, dem Vorbild des HFC Falke. Okay, wir werden gleich mal ganz kurz, wenn ich dann denke, bei deinem Vorbildsverein vorbeischauen. Wenn ich dann denke, und jetzt schauen wir erstmal so, was hier transfertechnisch so los ist. Wir sehen schon sehr günstige Einkäufe. Wir sehen ein paar Verkäufe. Mal sehen, wie das so lief. Der kam als 25,5er, wechselte dann als 28,6er für 100.000. Okay. Wir schauen uns auch das hier mal gerade noch an. Yurikos Sibon kam als 24,6er, wechselte als 27,7er für 360.000. Ein 27,7er ist noch 360.000 wert. Das ist ja richtig krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die noch so viel wert sind. Und den schauen wir uns auch mal noch hier an. Der spielt mittlerweile bei SV Evenkamp 2. Okay, kam für 1.000 Euro und wechselt jetzt für 380.000. Der war auch gar nicht so lange im Verein. Scheint hier ein wirklich guter Transfer gewesen zu sein. Und hier kamen auch endlich mal ein paar stärkere Spieler hier für 500.000, für 600.000, wenn schon richtig. Und für 200.000, hier wechselte einer für 44.000. Keine Ahnung, wer noch 44.000 für einen 30,7er zahlt. Aber scheinbar sind die Preise da mittlerweile auch ziemlich gestiegen und ziemlich stabil geworden. Jetzt ist ja hier noch einige Spiele am Verkaufen. Das werden wir uns jetzt mal im Kader anschauen. Wir sehen schon, zwei Saisons in Tschechien, vier Saisons in Deutschland. Ist das richtig oder sind es fünf? Wenn wir nachzudenken. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt die vierte Saison in den USA. Sein Stadion schauen wir uns vorher mal noch an. Das ist die Commerzbank Arena mit 4.000 Plätzen. Okay, das ist jetzt, sagen wir mal einfach mal solide. Hier kann man noch alles draus machen. Hätte ich jetzt nicht so ausgebaut, weil halt diese kleinen Ausbauschritte sehr teuer sind, sehr kostspielig. Und jetzt kommen wir mal zum Kader. Nochmal ganz kurz, warum sind die so kostenspielig? 300.000 Euro muss man hier alleine zahlen für die Planung. Also wenn ihr 100 Plätze ausbaut, dann müsst ihr auch diese 300.000 Euro zahlen. Deswegen, wenn man in großen Schritten ausbaut, lohnt es sich eigentlich immer etwas mehr. Nur das am Rande. Sascha Eichen ist hier der Kapitän, ein 24-5er. Ich glaube, wir gehen einfach mal so durch, dass wir jetzt hier schauen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht so gut. Also, RS 17-3er finde ich gut. Vorstopper 17-3er finde ich gut. Torwart 17-3er finde ich gut. LS 17-2er ist mir ein bisschen zu schwach. Linksverteidiger 18-4er finde ich gut. Vorstopper 18-4er braucht er nicht, weil er schon einen 17-3er hat. Also, der kann als erstes hier verkauft werden. Der hier theoretisch auch. Also, die beiden würde ich verkaufen. Den 17-2er LS und den 18-4er Vorstopper. Den 18-3er Mittelstürmer würde ich ebenfalls verkaufen oder feuern halt einfach loswerden. Das gilt jetzt für alle Spieler, die ich jetzt aufzähle. Der linke Mann-Decker ist top. Den würde ich behalten. Dann haben wir jetzt hier noch ein LS. Das ist jetzt für mich der geeignetere Mann. Den würde ich vielleicht behalten. Der Libero hier, der kann auch behalten werden. Da haben wir noch keinen gesehen. Also, der Libero geht hier auch vollkommen in Ordnung. Der DM hier, der ist mir ein bisschen zu schwach. Den würde ich auch verkaufen oder feuern. Je nachdem, halt einfach irgendwie loswerden. Dann haben wir jetzt hier noch einen RM. Den würde ich auch verkaufen oder feuern. Ein Rechtsverteidiger. Für den gilt das Gleiche. Für den DM gilt das Gleiche. Und für diesen RM ebenfalls. Der 23-6er LMD ist jetzt nicht so schlecht. Den könnte man behalten. Alle anderen Spieler hier ab diesem linken Mann-Decker. Die würde ich tatsächlich verkaufen, feuern, loswerden. Weil die sind einfach schon zu alt für ihre Stärke. Und der hat jetzt hier ja richtig gute Jugendspieler. Und die würde ich nicht nur in den Freundschaftsspielen spielen lassen. Die würde ich auch in der Liga spielen lassen. Im Pokal spielen lassen. Dass die halt wirklich alle Spieler mitmachen. 17-3er. Das ist wirklich vollkommen in Ordnung. 18-4er, 19-5er. Das ist wirklich richtig gut eigentlich sogar. Und daraus kann man was machen. Aber so wie er es aktuell macht. Da würden die sich nur sehr langsam verbessern. Wenn die nur in den Freundschaftsspielen 3 EP täglich sammeln. Die würde ich in der Liga aufstellen. Dann bekommen sie mehr als 9 EP täglich. Mit den Zweikämpfen. Sagen wir einfach mal genau 9. Weil sie werden auch Zweikämpfe verlieren. Aber 9 EP täglich ist natürlich schon mal deutlich besser als 3 am Tag. Und das Ganze würde ich also umstellen. Und den Rest wie gesagt verkaufen. Dass er so auf einen 11-12 Mann Kader kommt. Mit diesen jungen Spielern hier. Vielleicht noch die fehlenden Positionen nachkauft. Er kann ja auch gerne bei seinem Konzept bleiben. Und nur deutsche Spieler kaufen. Das finde ich ja grundsätzlich schon mal eine sehr gute Idee. Und das kann er natürlich weitermachen. So kommen wir zu seinen Freundschaftsspielen. Das ist denke ich mal hier vollkommen in Ordnung. Er kassiert 100.000 Euro. Genau das ist die maximale Prämie. Das kann man so lassen. Er spielt hier mit seinen Nachwuchsspielern. Die würde ich genauso spielen. Also die Spieler trotzdem aufstellen. Und maximale Prämie kassieren. Für den Footballclub Müt hat hier etwas geschrieben. Von dem werden wir natürlich auch noch einen Teamcheck sehen. Und dann war es das mit dem heutigen Video. Und ich würde sagen. Wir schauen mal ganz kurz noch bei meinen Transfers vorbei. Gibt es da irgendetwas interessantes. Aktuell steht nur ein Spieler drauf. Okay das ist jetzt nicht so interessant für euch. Ach bei den heutigen Spielerwechseln können wir auch nochmal vorbeischauen. Ein 22-11 war okay. Das ist interessant. Der könnte ja vielleicht passend sein für das Team was ich verkauft habe. Ja meine Freunde. Das war es vom heutigen Video. Wir sehen uns morgen wieder. Adios.